Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu HTML. So, das wird wahrscheinlich das letzte Video zu reinem HTML werden. Danach würde ich euch mindestens bitten, die CSS-Videos anzugucken, denn die sind wirklich essentiell notwendig. Und dann, falls ihr Bock habt, wird wahrscheinlich JavaScript kommen. Ich hoffe, ihr habt Bock. Also, zum letzten Mal nur reines HTML für euch. Okay, und zwar heute mit einem ganz krassen Thema, nämlich SVG-Grafiken. SVG-Grafiken sind richtig geil, weil ihr damit sozusagen unendlich rein scrollen könnt. Es wird einfach niemals aufhören, also es wird niemals pixellig werden. Ihr kennt vielleicht Bilder, wenn man da unendlich rein scrollt, wird es irgendwann mal pixellig. Der Trick bei SVG ist, dass es einfach niemals pixellig werden kann, weil es einfach jedes Mal neu erstellt wird. Und da ist dann auch irgendwie klar, dass ihr keine Bilder oder sowas reinpacken könnt, sondern ihr müsst die Dinger zeichnen. Und zeichnen geht über den SVG-Tag. Ich weiß, es gibt Canvas in HTML, allerdings braucht man für Canvas dringend JavaScript. Ohne das geht es nicht. Und deswegen zeige ich euch die erst dort. Also generell die ganzen anderen Sachen werde ich euch in der JavaScript-Reihe zeigen. Keine Sorge. Okay. SVG, wie wir sehen, wird hier, oh, hoppla, da habe ich was vergessen rauszulöschen. SVG, wie wir sehen, wird hier nicht richtig unterstützt von meinem Editor. Deswegen mal gucken. Genau. Deswegen müssen wir jetzt alles von Hand eingeben. Wir sagen jetzt hier, die Breite von der SVG-Grafik ist 200 und die Höhe ist auch 200. 200, in Anführungsstrichen jeweils. So. Und hier brauchen wir auch den End-Tag wieder. Habe ich mich verschrieben? Ich habe mich nicht verschrieben. Seltsam. Okay. So, und jetzt wollen wir anfangen mit Zeichnen. Es gibt verschiedene Arten, was wir zeichnen können. Und die kann man dann natürlich kombinieren und richtig geile Grafiken mit erstellen. Allerdings nicht so einfach. Wie gesagt, braucht ein bisschen Übung. Okay, Circle. Circle ist, wie das englische Wort Circle, Greis schon sagt, ein Kreis. Und da sagen wir jetzt einfach, was wir gerne hätten. Nämlich CX auf 50 Pixeln. Ups, direkt und gleich. Auf 50 Pixeln. Ich zeige euch gleich, was da so alles bei passiert. CY auf 50 Pixel. Und den Radius auf, also er ist der Radius auf 40. Und dann sagen wir Stroke gleich Red. Stroke minus Width gleich 6. Und Fill gleich Blue. So, und hier hinten dran machen wir direkt wieder den Endtag hin. So, und jetzt schauen wir uns das einfach mal an, wie das Ganze aussieht. Wir haben uns einen Kreis gemacht. Der hat hier einen roten Rahmen. Also das Stroke-Dingens hier, das hieß Rot. Und Stroke Width war die Breite des Rahmens. Das heißt, wenn ich die runtersetze, haben wir irgendwann halt keinen Rahmen mehr. Und die Farbe, mit der ich ihn eingefärbt habe, in der Mitte, die ist blau. So, und jetzt kann ich mal hier rein scrollen. Ihr seht, der ist immer noch bei 500-fachem Zoom. Ist der immer noch super gerade, absolut unpixelig. Und der wird auch, wenn ich noch mehr rein zoomen könnte, was ich leider nicht kann. Aber selbst wenn ich unendlich rein zoomen würde, wäre der immer noch perfekt rund. Okay, ähm, was ich auch noch machen kann, ist ein Rechteck. Ein Rechteck sieht in SVG-Grafiken so aus. Racked, äh, die Gamer unter euch werden jetzt wahrscheinlich schmunzeln. Ähm, Racked 400. Und sagen wir mal, als Höhe, auf 150. So, und jetzt müssen wir hier Style angeben. Ist gleich. Funktioniert leider nicht so toll wie bei dem, ähm, beziehungsweise wir können Style angeben, aber mir persönlich, ach was, wir lassen das weg. Ich zeige euch die andere Variante gar nicht. Ähm, ich finde die viel angenehmer, wenn wir jetzt hier direkt sagen, Stroke gleich. Gleich, und dann hier angeben, was wir gerne hätten. Also Stroke gleich, keine Ahnung, ähm, was hatten wir? Grün hatten wir, glaube ich, noch nicht. So, und jetzt sagen wir hier, Stroke minus Width, ihr kennt den ganzen Kram, glaube ich, mittlerweile. Gleich 10, so. Und in lassen wir es einfach mal frei und schauen uns an, was hier so passiert ist. Ähm, ja, weil wir hier jetzt über den Rand der Grafik rausgegangen sind, haben wir abgeschnitten. Und, ähm, ja, ansonsten haben wir einen grünen Rand mit einem schwarzen Inhalt, weil wir den Inhalt nicht verändert haben. Okay. Ähm, wir können auch noch die Ecken abrunden, ähm, mit, ach so, wir können, ja, wobei, das zählt eigentlich in CSS, das zeige ich euch dort dann. Aber wir können auf jeden Fall die Ecken noch abrunden. Das wollen wir jetzt gerade noch tun, ähm, und zwar mit x auf, ähm, ähm, y, upsala, y auf, keine Ahnung, 25, und rx auf 20, ry auch auf 20, so. Okay. Ähm, und jetzt solltet ihr, glaube ich, einigermaßen was sehen können von der Größe her. Ja. Wir sehen, dass wir hier wieder über den Rand rausgekommen sind. Das liegt jetzt daran, dass ich hier x eingegeben habe und y. sondern, aber wir sehen wunderbar, dass die Ecken hier abgerundet sind. Und das liegt, ähm, ich mache die hier mal wieder raus, an den Dingern hier. Allerdings, wenn wir hier nicht perfekt einrücken, ein bisschen, ein bisschen was brauchen wir leider hier. Ähm, so 20 und 20 hier. So, jetzt sehen wir, dass wir hier schön eingerückt haben und die Ecken jeweils abgerundet haben. Wir müssen es hier noch ein bisschen kleiner machen oder unsere Breite von der Grafik hier auf 500 setzen. Dann passt die Sache auch. So, und so haben wir ein abgerundetes Rechteck als SVG-Grafik. Auch hier kann ich unendlich reinzoomen und, äh, werde niemals irgendwie auf eine Pixelproblematik stoßen oder sowas. Gut. Ähm, wir können sogar noch einzelne Polygone angeben. Allerdings finde ich das furchtbar anstrengend. Deswegen zeige ich es euch nur ganz kurz. Ich nehme auch nicht an, dass ihr da so viel zeichnen wollt damit. Wie gesagt, Bilder sind sehr, sehr viel angenehmer. Aber man kann, wie gesagt, Polygone angeben. Für die ganz Fanatischen unter euch zum Beispiel 50, 100, äh, 30 und 20. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und laden das einfach mal neu. Na, passiert gar nichts, weil ich nicht mehr angegeben habe. Die sind aktuell weiß, die Polygone, beziehungsweise ich habe hier auch kein Endtake reingesetzt. Vielleicht lag es da dran. Ähm, das ist eigentlich einfach mal Stroke gleich, äh, pink. Mal gucken, ob es die Farbe gibt. Ja, pink gibt es. Wir sehen hier einen ganz leichten, feinen Streifen, der uns Polygone miteinander verbindet. Ähm, genau. Wir haben hier, ähm, vier Zahlen angegeben, aber haben nur zwei, eine einzige Linie. Also sprich, da ein Punkt und da ein Punkt. Das liegt da dran, dass wir hier einen X-Wert brauchen. Also, wie weit sind wir hier oben weg? Das sind 50 Pixel. Und wie weit sind wir... Achso, halt mal. Ne, das sind die 50 Pixel und das hier sind 100 Pixel. Ähm, hier unten haben wir gesagt 30 und 20. Ähm, das ist dann der Abstand hiervon. Wenn wir jetzt noch einen dritten angeben, dann hat das Ganze auch eine Fläche. Das heißt, ich kann hier sagen, ähm, keine Ahnung, 80. Ups, 80. So, und dann haben wir hier eben ein Dreieck gezeichnet, ähm, das schwarz gefüllt ist. Da könnt ihr natürlich auch noch mit Fill wieder die Farbe angeben. Okay. Ähm, aber wir können auch mit Fill einen, ähm, ähm, farblichen Gradienten angeben. Und zwar mit, ähm, mit Devs. Devs. Na komm, ein Rücken ist schon noch drin. Ähm, Slash Devs. Okay, und hier drin sagen wir jetzt Linear Gradient. So, wird auch noch nicht unterstützt von meinem, ähm, Editor scheinbar, alles. Und da müssen wir jetzt eine ID eingeben, zum Beispiel Gradient. So, und hier sagen wir X1 gleich 0%. Ich habe da an und für sich schon was für euch vorbereitet. Ich pausiere euch mal und kopiere das Ganze rein. Dann erzähle ich es euch. So, da bin ich wieder. Ähm, und zwar hier eine wunderbare, farbverlaufende Ellipse. Ähm, Ellipsen haben auch ihren eigenen Tag. Wir können hier den Radius für X angeben. Also, wie weit sie in X-Richtung variieren sollen und wie groß sie in Y-Richtung variieren sollen. So kommt dann eine Ellipse zustande. Also hier haben wir als maximalen Radius 60 und hier haben wir 120. Das sind diese 60 und diese 120 hier. Ähm, das hier sind jeweils die Offsets, damit die ganzen, äh, damit die Ellipse auch nicht schön verschwindet. Wenn ich die hier auf 0 setzen würde, dann würde die, äh, ich zeige es euch einfach gerade kurz. Dann würde die hier oben verschwinden. Damit sie eben eingerückt bleibt, sind diese 150 da. So, jetzt zu dem Gradienten. Wir haben hier dem Gradienten eine ID gegeben und diese haben wir dann über URL, Hashtag Gradient wieder geholt. So haben wir uns, ähm, den Gradienten hier drauf gezogen. Definiert haben wir uns den Gradienten in Devs drin. Und, ähm, diesen, dieser Gradient hat auch seinen eigenen Tag, nämlich Linear Gradient. Und zwar fängt der bei 0% an, jeweils bei Y und bei X und geht komplett durch, was die X-Achse angeht. Wenn ich hier das Y auch noch auf 100% setze, dann wird er schief. Dann sieht er so aus. Das heißt, hier könnt ihr so ein bisschen die Orientierung angeben. Wenn ich hier X auf 0 setze, dann habt ihr eben die, äh, Y-Orientierung, sprich so rum. Und ihr könnt euch, ja, ihr könnt euch quasi ein Ostereier da draus basteln. Ähm, genau. So, und dann brauchen wir hier einmal Stop-Offsets, nämlich einmal bei 0%. Ihr könnt natürlich auch noch mehr Stop-Offsets machen, das sind quasi die Kontrollpunkte. Hier sagen wir, die Farbe soll 0, 255, 255 sein, was RGB angeht, ähm, sprich Knall-Türkis. Und an der unteren Stelle, also bei 100% von unserem Gradienten, sagen wir, sie soll knallerot sein. Jetzt sagen wir doch mal noch zwischendrin, sie soll, ähm, sie soll grün werden oder sowas. Ähm, dann können wir uns einfach das hier kopieren. Und wenn wir sagen, genau in der Mitte, dann sagen wir hier 50%, nämlich 50% ist genau die Mitte. So, RGB heißt Rot-Grün-Blau, nicht Rot-Gelb-Blau, wie manche meinen, Rot-Grün-Blau. Deswegen machen wir hier 255, ist die größte Zahl. Das heißt, wir sagen, in der Mitte soll es gefährlichst Knall-Grün sein. Unten ist es Rot, oben ist es Blau. So kriegen wir den Gradienten auf das hier. Okay, wir können jetzt dieses Grün noch ein bisschen verschieben. Und zwar auf 30%. Dann rutschen wir das Grün einfach ein Stückchen näher in Richtung Blau. Aber das Blau ist immer noch sichtbar und das Rot wird wieder ein bisschen mehr dominant. Okay. Ähm, ja, so könnt ihr eure Gradienten machen, so könnt ihr Ellipsen machen, so könnt ihr generell SVG-Grafiken zeichnen. Wenn ihr da dran noch mehr Interesse habt, würde ich euch empfehlen, ähm, sucht nach allen Tags, die da irgendwie in SVG reinfallen. Das sind enorm viele. Die meisten oder die wichtigsten habe ich euch einfach schon jetzt mal gezeigt. Und generell das Aussehen, das werden wir noch dann groß in CSS machen. Und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal, beziehungsweise dann in JavaScript oder auch in CSS, je nachdem, wo ihr als nächstes reinschaut. Bis dann, ciao, ciao.